Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer. Habt ihr die Melodie schon mal gehört? Ist toll, kennt ihr alle, Angry Birds. Herzlich willkommen zum Kükenkiken und heute zeigen wir euch mal, was ihr bei uns gewinnt. Ihr gewinnt nämlich ein iPad und wir möchten euch ja vormachen, was man damit so schön spielen kann. Zum Beispiel Angry Birds. Ich schicke mal drauf. Warte, 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 warte. Was macht man da jetzt? Man wirft mit Küken. Was? Ne? Nein, 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 nein. Also das zum Beispiel kann man mit einem iPad machen. Aber liebe Kinder, in echt kann man das natürlich nicht mit einem Küken machen. Nein. Das macht man nicht. Aber bevor es das iPad gibt, wir kriegen das jetzt aus. Hier, bevor es das iPad gibt, müsst ihr erstmal mittippen, nämlich auf unseren schnellsten Schlüpfer. Und wir gucken jetzt mal nach, ob schon was geschlüpft ist. Spannung, Spannung, Spannung. Es muss wirklich jeden Moment passieren. Es sind ja jetzt schon einige Tage drin, unsere Küken, unsere Eier, unsere Ostereier. Oh, guck mal hier. Es ist noch nichts passiert. Es ist noch nichts geschlüpft. Und für alle, die sich jetzt vielleicht wundern, warum jetzt neuerdings Zahlen auf den Küken sind, der Züchter hat uns gesagt, wir dürfen die mit Bleistift beschreiben. Und deshalb haben wir zur Sicherheit, weil mit den Mützchen beim Schlüpfen würde das ja runterfallen, und deshalb haben wir mit Bleistift ganz vorsichtig Zahlen draufgeschrieben und hoffen jetzt, dass nun endlich mal was schlüpft. Okay, wie gesagt, sucht euch eins aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier die Eins zum Beispiel, Christines Lieblings-Ei, das ist der Eckwert. Das ist mein Favorit, die Fünf. Das ist Dirty Dirty. Auch Brutus finde ich sehr, sehr süß, sehr gelungen. Also einfach tippen. Und wenn dann tatsächlich aus eurem Ei der schnellste Schlüpfer springt und schlüpft, dann gewinnt ihr dieses iPad. Kannst du nochmal die Melodie machen? Nee. Nee? Naja, das ist trotzdem ein tolles Teil. Also mit tippen am schnellsten Schlüpfer und gewinnt. Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer.